Zwei gegen zwei, komm, mach das. Ich bin am Start, ich bin am Start, Alter. Ah! Curry! 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 Curry macht es! Nein! Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge GTA Online hier für die Playstation 4 mit dem Herrn Currywurstiii, dem Tobi, dem Bergmann, ja, kennt der eine oder andere, ja, Andrea Berg, Sirs Playmassive, Playmassive und dieser komische Dehner, der immer so rufschreit. So, wir machen heute Step City LTS, also Last Team Standing, bedeutet es gibt zwei Teams und man muss sich gegenseitig ausschalten. Das Team, welches am Schluss überlebt, hat dann das Ganze gewonnen. Man hat nur ein Leben, das heißt, wenn ich jetzt in Sarazan eine Kugel in den Kopf schieße, kann das Ganze nur aus der... Willst du mir eine Kugel im Kopf schießen? In Kopfkugel rein. Ja. Kugelkopf rein. Eine Last Team Standing. Aber ich habe mir vorgenommen, meine Motivation für diese Folge ist tatsächlich, den Dehner mit einer Axt in den Kopf zu schlagen. In den Kopf rein. Da mach ich nicht mit. Da kriege ich wieder Albträume. So. Ja, der Bergmann ist ja auch dabei. Und Bergmann, wie geht's dir so? Ja, super. Also, freu mich. Finde ich schön, ja? Immer locker nicht großartig. Oh, liebe Geister und so. Oh! 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 Wir haben schon gewonnen. Wir haben schon gewonnen. Na, Bergmann? Ey Leute, ich investiere jetzt 5.000 auf uns, ja? Das ist gar ernst. Was? Alter. Du hast deutlich... Du hast deutlich... Du hast deutlich... Einig werden ihn kennen, Heideltraut. Einig werden ihn kennen. Das geht ja online. Ja, ja. Hast du gesehen, wie wir uns fertig machen hier? Wir machen uns voll so fertig so. Oh! Okay, Bergmann, komm. Komm, du bist ein Kämpfer. Ja, vermutlich. Alter. Ihr steigt da alle ein und seid doch völlig verrückt. Ja, gut, okay. Ach, Leute. Nein! 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 Ach, du Scheiße. Okay. Wir sind nur in der Ego-Perspektive am Start. Bei dir liegt ne Waffel. Ja, ja, ich seh's. Ich nehm die nächste. Schnappt ihr euch. Waffel, ja. Waffeleisen. Ich möchte die Utzi. Wo ist sie denn? Die ist weg jetzt. Ich hab sie. Mann! Du kannst doch nicht damit umgehen. Oh, wo? Sie sind auf der Ecke. Sie sind auf der Ecke. Ja, ja, ja. Wo sind die? Dienerchen. Ich hab's gesehen. Alter! Ich hab einen getroffen. Du hast mich getroffen. Ich hab den Curry gleich erledigt. Der ist fast tot. Ne, ne, ne. Ich hab noch ganz viel Leben. Warum? Ich hab die voll oft getroffen, Alter. Du hast mich einmal getroffen. Ey, Leute. Vorsicht! Weil da kommt der Hintergrund. Wir wollen mich umgehen. Wir wollen mich umgehen. Oh, Alter! Vorsicht! Komm her, du! Scheiße, ich werd getroffen. Von der Seite. Valentin! Tobi ist es da, die alte Schweinebacke. Oh, da hinten kommt auch einer. Die sind einfach zu viele. Oh, du hast mich grad schon den Backe genannt, oder was? Ja, hab ich. Komm her! Ja! Ja! Nein! Nein! Schön, Benni. Schön, Benni. Nein! Nein! Das ist leider auch raus. Da ist er! Nein! Komm, da ist er! Nein! Seh dich! Nein! Oh Gott! Ich bin noch da. Ich bin noch am Leben. Ihr macht das schon. Never ever. Bin ich dann ehrlich? Ich hab den Dennis ja vorbereitet immerhin, aber Bergmann hat ihn gefinished. Perfekt. Ja. Ja komm, ich hab dir richtig einen mitgegeben. Bam, bam, ey! Ja! Sauber, Tobi. Sehr schön. Du musst mich da durch den Schlitz erwischen. Okay, lass uns den einkesseln. Einkesseln, einkesseln. Ja, ja, kesselt mich mal ein. Bergmann, hast du was mit der Leiche da rechts neben dir zu tun? Ja. Perfekt. Sehr gut. So muss das sein. Was übrigens neu ist, man kann glaube ich auch jetzt den Feind ziehen, oder? Ja, 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 nein! Boah, der Bergmann zieht richtig gut durch. Ah, er hat mich. Perfekt. Sehr gut. Tobi, komm Tobi. Links der Mann. Tobi, Tobi, Tobi! Nein! ULTRA! 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 Alter, ich musste nachladen. Boah, Alter, Bergmann, du bist der Käpt'n. Ja, Leute. Tobi, du musst rollen, Tobi. Herr Bergmann hat's geschafft, ich fass es nicht. Oh, die 5000, die ich investiert hab, Alter. WIP WIP! ULTRA! 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 Herr Bergmann wusste gar nicht, dass du auch Kirmesbetreiber bist. Kirmes? Kirmes! Du kennst euch so das Geräusch, das du gerade gemacht hast? Kirmes! Rall auf die Kirmes, ey! Komm, Wiederholung, nochmal jetzt hier. Winde, winde, winde! Macht übelst Laune. Ach guck mal, der Kopfdreck sogar noch. Ach so, Runde 2. Na klar, es ist nicht vorbei, Freunde. Weiter geht's. Seidenwechsel, Freunde. Das war nur zum warm werden hier. Jetzt zeigen wir den Herrschaften mal, wie das hier geht. Anzug an, ab die Post. Ratatata. Ratatatat! Am Schluss, die Ente! Sollen wir mit einer Strategie vorgehen oder lassen wir es wieder sehen? Ja, einfach raufgehen. Okay. Der war so voll den Plan so, weißt du. Der dann eh nicht aufgeht. Ja, aber ich könnte sagen, der sowieso voll im Juni ist. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Oh, wer schießt da! Den Mund besser nicht zu voll, ich bin hier mit Herrn Bergmann unterwegs. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ich hab den gut erwischt. Abwarten, abwarten, Dennis. Hinter dem, hinter dem... Ah, wer läuft denn da hinten rum? Benni, du hast den im Blick, ne? Ja. Nein, nein! Alter, Bergmann, das muss mit dir. Boah. Hex. Der Bergmann geht ab. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, ich muss nachladen. Oh, was? Wie kann das denn sein? Sehr schön, Benni. Wie kann das sein? Warte, wie viel Leber hattest du noch? Nein! Yes! Yes! Halbe Leiste ungefähr. Sehr schön, Curry. Das ist noch ein Mann. Ey, sag bloß, der Saratsa lebt noch. Ja, Saratsa! Okay, leichtes Ziel, komm. Oh, pass auf, von der anderen Seite, von der anderen Seite, Walle! Ja! Yes, yes, yes! Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, liebe Zuschauer, was ihr meint, wer denn das Ding hier macht. Es steht jetzt 1-1, ja? Sehr schön. Wie viele Runden haben wir denn eingestellt, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ne, es gibt drei Siege, man muss dreimal siegen. Ah, okay. Das ist noch ein Ding, ne? Das dauert noch ein Stückchen, aber ist noch gut so. Ausgleich. Ja, macht Laune, ne? Das ist echt lustig. Ja. Richtig cool. Ja, ja, Bergmann, was ist jetzt los? Ja, ich wollte die Schutzweste holen und habe einmal kurz Lagnaschen gehandelt. Ja, ja, jetzt kommt ihr Ausreden. Wir werden sehen, Leute. Oh, Engel guru. Der Bergmann, ist echt crazy, ey. Ja, beim Minigolf mit Auto-Elm, so, weißt du? Ja. Komm, Lena, wir bleiben beim Bergmann. Vielleicht kriegen wir dann mal was gebacken. Also, gerade eben weiß ich echt nicht, wie das passieren konnte, dass er so schnell tot war. Das habe ich nicht verstanden. Pass auf, Leute, pass auf, pass auf. Er rennt schon wieder durch. Sie stürmen. Pack, wo ist die? Wow. Naja. Einer hat mich von... Ne, nur eine Explosion. Wer wirft eine Handgranaten? Wer hat da überhaupt schon Handgranaten? Er rennt rüber. Genau da kommt er gleich raus. Oh, 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 oh. Ich brauche mal Hilfe hier, wo seid ihr denn? Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Okay, okay, alles klar. Vorsicht, der kommt um die Ecke. Erwischt. Voll ins Face. Sehr geil. Wie schnell geht das denn alles immer? Nein, 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 nein. Gibt's doch nicht. Warte, komm her, Mann. Achtung, Tobi, da kommt er, der Bergmann. Ja, ja, nein, nein, nein. Ja, Mann. Yes, Mann. Ja, sehr gut. Ich bin zwar der Erste, der aufgegangen ist, aber sehr gut. So sieht das aus hier. 2-1, meine Damen und Herren. So muss das laufen. Aber der Sarraz lebt. Ihr seid viel näher an den Rüstungen und sowas dran. Das ist voll Sheathack, Hack, Hack, Sheathack. Ja, 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 ja. Ja, aber die Seiten wechseln ja immer. Ja. Aber bisher hat immer die Seite gewonnen, das stimmt schon. Mhm. Aber der Sarraz lebt länger als der Dehner immer. Hm. Ich gehe mehr Risiko. Ja, der Dehner und ich, wir teilen uns den Platz des schlechtesten GTA-Spielers. Ich finde das ehrlich gesagt echt schade, dass man sie sieht auf der Karte. Ist aber doch egal. Aber ganz ehrlich, das ist doch völlig wurscht. Hauptsache wir haben Spaß und darum geht's doch. Ne. Es geht um Sieg. Genau, es geht um Sieg. Und noch nie in der Lagen erfahre ich. Die rushen, die rushen, die rushen. Die rushen, die rushen. Wir rushen aber auch. Die rushen. Es geht echt um den Sieg. Okay. Meine Schrotwilte. Meine Schrotwilte. Geht weg, geht weg. Hast du die Dingens? Ja. Yes. Schau, das war Headshot. Bam. Nein. Ich hab den Tobi. Ich hab den Tobi erledigt. Sehr schön, Alter. Nein. Hinter uns. Mann. Der Wally ist fast tot. Hab ihn. Nein. Nein. Alter. Yes. Yes, Mann. Wir haben gewonnen, ne? Yes. Nicht wahr. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Match. Liegt natürlich nur daran, weil hier einer mehr sei. Wie viel Geld habt ihr als Gewinner bekommen? Ein bisschen ungefähr. Wie viel Geld habt ihr als Gewinner bekommen? Weil wir haben als Verlierer 9000. Hä? 9400 bekommen. Können wir ruhig noch ein paar Runden machen. Übrigens diese Animation im Schließen auch voll, ne? Ja. Mit der Garage und so, ne? Komm, dann machen wir eine Wiederholung, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, komm. Die Tür ist geswitcht hier. Gefällt gut, gefällt schlecht. Was? Gefällt gut. Ich fand das richtig klasse. Gefällt gut. Ja, genau. Sehr gut gefallen. Hier in dem Mainstream. 1 zu 4, ey. Krass. Oh, da hat sich aber jemand verwettet. Der Dena ist total der Dislike, Alter. Aus dem Nuss. Der Bergmann hat sich leicht verwettet, das stimmt. Ja. War wohl nix, ne? Ja, die Waffen waren weiter weg, ey. Irgendwas stimmt ja nicht. Aber der Werte hat auf sich gewettet. Was? Zur Wiederholung, ne? Ja. Der hat Werte investiert. Wiederholung, oder? Ja. Weil er einfach nein. Oh, Mann. Ich hab's aber vermisst, so GTA mit euch auch zu dem Video. Ja, find ich auch lustig, ey. Die neue Konstellation. Ich hab's auch vermisst. Ja. Ich hab's auch vermisst. Ich hab's auch vermisst. Ja, ich fand das wirklich schön. Ja, aber es ist mal cool so, was ich ja sehr sagen muss, dass auch mal, also obwohl wir ja eigentlich nicht so viel gemeinsam gemacht haben, ja, dass man trotzdem zusammen auch mal sagt, komm, so die YouTube-Community halt, weißt du, dass die dann zusammen mal ein paar Projekte starten, so, find ich cool. Ah, bist du lustig? Aber sollst du mich lieber ohne spielen? Ja, find ich echt nett von dir. Recksack. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ja, ich hab jetzt mal hier... Man kann nicht einstellen, dass man sich nicht sieht auf der Karte, ne? Leider nicht. Schade, schade. Das wär dann nochmal Nummer cooler eigentlich. Willi Schmidt ist am Start. Willi Schmidt wieder. Wer zur Hölle ist Willi Schmidt? Und wieso kommt der immer hier rein? Wie geht denn das? Du kannst ihn kicken. Der Horst, das kann hier kicken. Na komm, wollen wir Willi Schmidt nicht. Dann ist es 4 gegen 4, das ist schon okay eigentlich. Ja, gut, dann lasst du mir in den. Also, Willi Schmidt, der dreht das Ding. Solltest du diese Folge sehen, Willi Schmidt, wer zur Hölle... Okay, weißt du, wie viele Leute jetzt Willi Schmidt zu da sind, da brauch ich gar nicht fragen. Ja, aber Willi Schmidt kann sich ja gerne mal bei Kai Pflaume melden, der vermittelt. Hab ich gehört. Dann, gefällt mir. Mach doch mal nur die Liebe zählen. Mach mal ein bisschen Musik so. Da, 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 da. Guck mal, Willi Schmidt ist echt. Wir haben schon wieder dasselbe Team, nur das Willi Schmidt bei uns zu sein. Willi Schmidt, Leute mit Willi Schmidt. Willi, der macht raus. Einer für alle, alle für einen. Alle für Willi. 5 gegen Willi, oder? Ich setze 8700. Ich hab den Bergmann grad nicht verstanden, der musste wichtige Informationen übermitteln. Ja, ich weiß jetzt, was der Fehler von vorhin war. Ich hatte nicht geniegen Druck, weil ich nur 5000 gesetzt hab, jetzt setze ich 10.000. Oh, 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 oh. Auf unser Team, ne? Soll ich mal Poker spielen sollen. Bitte? Ja, auf unser Team. Ja, auf das Gegnerrische natürlich. Ja. So. Aber du hast nicht schlecht gespielt bei Let's Play Poker. Du warst eigentlich ganz gut. Ja, ging so. Müssen wir nicht schön reden, lieber. Ja, komm. Ich war besser als der Bergmann. Ja, du warst eigentlich, du bist erst ganz gut abgeräumt sogar. Als Prinzessin war es nicht schlecht. Ja, fand ich auch. Rush. Hast du die Krone? Weil das ja eigentlich. Eigentlich Königs Krone war. Nee, eigentlich ist sie die Krone auch. Die Krone ist kaputt gegangen. Dann hab ich die aufgezogen. Aber ich hab sie noch, hab die einzelne Teil noch. Die war ich auf. Was, du hast die kaputt gemacht? Ich hab sie nicht, die ist kaputt gegangen. Ach, die ist kaputt gegangen. Also ich hab das nicht aktiv kaputt gemacht. Ja. Eigentlich sollte man auf die ganze Außenkontrolle umstellen, sag ich schon. Ja. Ja, aber... Hallo. Nein, was war das denn? Willst du mich... Das war ein Kill, mein Lieber. Du hast doch, du hast doch irgendwie ein Brotmesser oder sowas. Ja, natürlich. Ich hab damit beworfen noch. Boah, boah, boah. Ich hab dich noch beworfen und dann auch noch auf dich geschossen. Yes! Wir können doch über alles reden, wir können doch über alles reden. Das Risiko hast du dir ausgezahlt. Heute, jetzt hab ich nicht hier alleine. Ja, jetzt mach das mal. Hä? Ja! Sehr schön. Oh, bin ich mit. 2 gegen 2, komm. Mach das. Ich bin am Start, ich bin am Start, Alter. Ah! Curry! 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 Curry macht das! Nein! Scheiße, Mann. Ich muss regenerieren, ich muss regenerieren. Wir haben den erledigt. Sehr gut gemacht. Vorsicht, die kommen von hinten. Kacke! Ich muss regenerieren. Komm, Dennis. Du bist unser Mann. Ne Runde ab. Oh, ich muss regenerieren! Ja, regenerier doch. Komm, Dennis, unser Mann. Geh zum Plus-Dener. Dito, du wirst das nicht überleben. Vorsicht, Vorsicht, der schießt. Das ist der Dennis. Auf Kopf! Auf Kopf! Auf Kopf! Nein, auf der anderen Seite! Hinter dir, Dena. Nicht auf der hinteren Seite, wo er da genau ist. Ja, oder doch. Ja, dann geh zu denen. Nee, nee, das kommt dann. Links-Rechts, Kombi. Links-Rechts. Hinter dir ist auch noch eine Weste, Dena. Oh Gott. Sehr schön. Hier ist eine Schutzweste. Danke, danke, danke. Nein! Was hast du? Wir stürmen, wir stürmen, Walle! Oh Gott. Ja, der hat keine Muni mehr angeblich. Hau ab! Ich häng hier nicht mehr weg. Oh, ich häng hier grad fest. Komm schnell, komm schnell! Du läufst in ihn rein. Aaaaaaah! Mach ihn fertig, Dena. Mach ihn fertig. Von hinten. Der ist da. Der rennt direkt an dir vorbei. Aaaaaaah! Nein! Schade, 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 schade. Sehr, sehr schön. Wie hat der Sarraza denn eingesteckt, Alter? Ja, ne? Ich hab auch noch auf ihn eingeballert. Ich hab noch ne Weste genommen. Wie der gar ne Tastenkombination eingeben hat. Ich hab's ganz gehört, so klack, 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 klack. Ich hab grad gut ihr Teamplayer haben wir gewiesen heute mal. Ja, ja, guck. Das war stark. Ja, guck mal, der Dena, Alter. Ist da voll durchgezogen gerade. 3-0. So, jetzt aber hier. 1-0, ey. 1-0. Und das war 1-0. Das ist von der schwächeren Seite. Das hier ist eigentlich die stärkere Seite. Jetzt müsst ihr deinen glauben, Leute. Ok, ich leg mit bei A. Bombe bei A. Ne, das liegt dann wirklich einfach nur, das ist der Grund. Be short, be short. Und jetzt brauch ich mal ein bisschen Scheiße hier, komm. Kommen wir mal an der Echo-Runde. Ich hab ne coole Idee. Aber es sind halt echt unsere Search in the Storm. Wir sind viel näher in der Mitte. Komm gleich mit dem Jet geflogen. Genau. Keiner weiß mehr. Stürmen, stürmen. Ich will die Shotgun. Ich ruf mal bei Meriwether an. Meine. Oh, nö. Pass auf, pass auf, pass auf Curry. Ja, ja. Alles gut. Alter, es sind 3 Lodi. Die haben die Granaten. Die haben die Granaten. Yeah. Nein, nein. Das ist Donner. Der Walde fährt ja mit dem Auto. Ernsthaft, du fährst mit dem Auto rum. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Ja, ja. Nicht ablenken lassen, Leute. Komm, zeigt euch doch. Wow. Yeah. Du bist doch ein Asi. Kommt er da mit seinen Granaten an, ey. So, Denner. Wir haben ihn gleich. Der ist, der ist direkt da. Oh, ich seh ihn. Bitte, Tobi. Bitte. Oh, 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 oh. Hallo, Benni. Dennis. Nein, da ist noch ein. Oh Gott, nein. Jawoll. Sehr schön, Tobi. Wir sind dran, Benni. Wir sind dran. 3 gegen 3. 3 gegen 3. Oh, da ist er. Und die Spannung steigt. Alter, mega, Dennis. Nein. Jawoll, der ist weg hinter uns. Nee, doch nicht. Oh, ich dachte, der war weg. War er gar nicht. Hinter uns war es nicht. Der ist da, der ist da. Fuck, Alter. Falsche Deckung. Was soll denn? Scheiß. Oh, das war ein Vorteil von Benni. Dennis. Dennis. Mannes. 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 Nein, sie haben ich. Das packen wir, das packen wir, das packen wir. Ahhhh. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Direkt russen. Gib ihm keine Zeit. Viel lässt sich sagen, als er da gerade ging. Alter, ich drücke das Problem. Gib ihm keine Zeit, der muss sofort kommen. Pass auf. Weil ich das so vom Far Cry gewöhnen bin. Ich hab Granaten. Pass auf. Dennis muss angreifen. Nein. Mensch. Alter, du hast so viele Waffe, Alter. Richtig dran. Nice gespielt, aber. Ja, war schön gemacht. War schön gemacht. Mh. Sauber, Jungs. Ihr Pisser. Gib euch ein virtuelles High Five, yo. Komm jetzt, Leute. Jetzt, komm, wir drehen das Ding. Wir drehen das Ding. Nein. Ich glaub das nicht. Alter, wie der Dehner hier durchzieht. Na klar. Ich brauch nur ein bisschen, das heißt, ich hab euch mal ein bisschen kommen lassen, aber jetzt? Der Dehner ist ein bisschen wie der FC Köln, so. Erstmal zweite Liga, dann der Erste ein bisschen bei Gas geben, so. So, Runde 3. Boah, jetzt kommen wieder Fußballvergleiche. Das hätt ich bloß nicht sagen sollen, ne? Naja. Jetzt kommen die ganze FC Köln-Sense. Der Dehner ist nicht wie der FC Köln-Sense. Ah, ja genau. Oh mein Gott. Wie konnte er das nur sagen? Der Dehner ist 3. Liga, wacker Burghausen, ey. Oder Darmstadt, ey. Das sind die Burghausen-Fans. Da wissen wir aber was. Der Dehner ist 2. Liga fast der Erste, ey. Was willst du? RUSSIAN! Boah, der war nice. Na gut, das sei übertrieben. Sorry Dehner, aber der war nice. Sauber. Ich wollte euch hier schon sagen, das ist alles. Wir gehen hier durch wie Butter. Boah, sich Mr. Bergsmair auf der rechten Seite. Komm, 2! Oh Mann! Yes! Oh, go, 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 go! Oh, go, go, go! Oh, go, go, go! Oh, go, go, go! Oh, Valentin! Valerio! Valentin! Ja, ja! 2-1, Leute! Sauber, Leute! Komm, komm, komm! Jetzt kämpfen, kämpfen! Das war richtig spannend. Von mir auch. Sehr wichtig sogar. Alter, ich finde Last of the Standing richtig, richtig geil, ey. Vor allem jetzt, wo es das mit Runden gibt, das ist extrem cool. Ja. Das ist viel besser. Mit Runden ist so viel besser, weil sonst lädt man immer so ewig für eine Runde. Ja, genau. Das soll man nerven, dann mochte ich's nicht, aber so ist cool. Okay, los geht's. Okay, Leute. Leute, wir müssen das Ding jetzt hier drehen, ey. Das ist die entscheidende Runde für uns. Wenn die jetzt gewinnen, haben die das Ding hier gepackt. Benni! Curry! Wer ist der andere? Tobi! Tobi! Ja, du mich auch, Alter. Ich dachte, du hörst, wie ich schwitze. Ich guck mir voll nichts an, aber... Der ist auf ne Siegesrede und dann... Der Teamplayer, weißt du? Go, Leute, go! Liebe Tobis Zipfelmütze, die er aufm Kopf hat. Der Schlumpf. Die schieb ich dir irgendwann. Tobi! Aber schön, Tobi! Was? Nein! Alter! Ich hab den Benni erwischt, ich hab den Benni erwischt. Das war ein Headshot oder so. Ja, ich hab dich da ganz gut versteckt. Ganz ruhig, jetzt ruhig. Wer ist bei mir? Hier, wir in den Außen gelangen. Wollt ihr kommen, oder was? Ja. Nein! Denkst du uns? Du bist leider tot. Schwimmen wir mal leicht, aber du bist tot. Oh oh, Jungs. Ihr müsst das jetzt ziehen. Alter, ich häng fest! Alter, Curry, mach keinen Fall. Was? Yes! Was ist Bergsmann? Ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Ja, Mann! Ja, Mann! Bergsmann, wie konnte das passieren? Ja, er hat ein Sturmgewehr, eine Pistole. Was soll ich machen? Ich brauch ein Plus. Was macht der denn die ganze Zeit hier? Sturmgewehr. Von dir? Hab's gefunden. Mit Streit. Dennis, das war's jetzt. Ja, Curry! Es gibt Streit! Dennis, pass auf, pass auf. Baller! Yes! Ja, Mann! Yes, Mann! Oh, fuck! Hammer, Dennis. Hammer! Das ist nicht möglich! Alter Schwede! Na, Leute! Das Ding packen wir! Ich flipp aus, hier! Kamping des Jahres! Wir müssen zusammenhalten jetzt! Wenn wir das jetzt gewinnen, ne? Ja! Gibt's ne kleine Fanta mit Eis! Dennis, sauber! Ich hab 10.000 gesetzt, Leute! Und Pinocchio-Eis! Ich hab 8.700 gesetzt! Ja, ich hab auch was gesetzt! Jetzt geht's um die Wurst! Was? Was? Boah, ich bin voll angespannt! Also, ich hab mich mal gemütlich an den Sessel gesetzt! Konzentration! Wenn wir das Ding gewinnen, dann tacker ich mir ein Bommel zwischen die Beine über Weihnachten! Was? Was? Und macht bitte Foto! Sehr schöne Vorstellung! Oh mein Gott! Raus! Diese Bilder raus! Pass auf, pass auf, pass auf! Die teilen sich auf, Leute! Da hinten ist er schon! Ah, ich bin getroffen! Nein, 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 nein! Vorsichtig! Wer da rechts ist, mitschießen bitte! Stitt! Pass auf, die teilen sich auf, Leute! Ja, ja! Können aufpassen! Ach, gar nichts! Oh! Haben wir nicht erwischt! Vorsicht, oben, oben, oben! Oben, oben, oben! Oben, oben! Oben, oben! Nein! Sehr, sehr schön, Curry! Der hat fast nichts mehr! Ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe! Kriegste, kriegste, kriegste! Alles easy! Der ist so gut wie tot! Nein, der hat mich! Fuck you! Ah, der hat mich erwischt! Wo ist der? Ich brauch Hilfe! Hinter dem Wagen! Bin tot! Nein! Ach, Mist! Die kommen jetzt! Die kommen von überall! Nein! Oh, ihr müsst Curry helfen! Dina, pass auf! Ja, ja! Komm zu mir! Komm zu mir! Ich bin bei dir! Ich hab keine Waffe mehr! Nein! Da laufe ich den genau in die Hände! Perfekt! Das gibt's doch nicht! Scheiße! Böck, hast du zwei Waffen? Ich hab... Nee, ich weiß auch nicht, wie ich sie wegriffe jetzt! Okay, ich muss laufen! Okay, Dennis! Ganz ruhig! Ihr seid noch zu zweit! Kommt! Zwei gegen zwei, Leute! Der Dina, der schafft das! Komm, Alter! Der Dina hat keine Waffe! Unsere Verteidigungsministerie! Der, der holt sich jetzt eine Waffe! Ha! Felix von der Leyen! Der schön, Benni! Sauber! Ich hab' ihn an der Waffe! Jetzt sind die am Arsch! Bergsmann, wir lassen sie kommen! Pass auf, Benni! Nicht so, nicht so forsch! Hm? Ey, wo ist denn hier der André? Hier die Rechtspanzerung! Dennis ist da noch! Ich weiß auch nicht, wo der Rund war, Benni! Bergsmann, hier auf die Internet! Unter unten ist jetzt Schluss! Geht dein Leben aufhören, Benni! Geht dein Leben aufhören, Benni! Geht dein Leben aufhören, Benni! Geht dein Leben aufhören! Ja, warte, warte, warte! Ja, nix, warte! Dann kommt der André auch noch dran! Dann hast du wieder volles Leben, Benni! Bergsmann, komm schnell! Okay, sonst feinigen die sich auch! Ja, warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Jetzt hast du's kaputt! Genau, genau, genau! Sehr gut, sehr gut! Bergsmann, sind die auch wieder zu zweit! Die kommen! Warte, gehen's los! Komm hierher! Komm hierher, Dena! Okay! Jetzt auf den! Die haben getauscht, aber jetzt lass den auf den hier gehen, okay? Jetzt willst du mit Dennis zusammen! Komm, komm, komm! Schnell, schnell, schnell! Oh! Sauber! Kommt, Leute! Es ist nur noch einer! Bergsmann! Bergsmann, du schaffst das! Yes! Dennis, Mann! Nein! Du bist doch geil! Nein! Wir haben's gepackt! Ich glaub es nicht! Geil, ey! Geil, ey! Ich hab mich so rumgeschlichen! Ihr habt nur euch auf den Benni fokussiert! Sauber! Alter, 15.000! Haben wir! Ja, ja! Sehr gut gemacht, Dennis! Wieso kommt denn hier am Anfang los? Guck mal hier, Alter! Das ist eine Hure! Yes, ey! Yes, 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 Leute! Richtig geil! Wir hatten da den Bushido-Skin eigentlich! Das muss der Dennis sein wahrscheinlich! Was? Das muss der Dennis sein, ja! Denk mich! Wir haben gewonnen! Yo! Sauber! Ja, sag ich mal, bist du in der nächsten Folge, oder? Joa! Ja, würd ich auch sagen! Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt, liebe Freunde! Ich wünschte, ich könnt's sagen, es hat Spaß gemacht! Ich möchte nur sagen, das Verliererteam hat mehr Cash gemacht als das Gewinnerteam! Jo! Wir haben mich geflowt, Alter! Ey, warum das denn? Weil wir geflowt haben! Wir haben einfach mehr Kohle vielleicht gekriegt, weil wir weniger waren, kann das sein? Wir waren ja nicht! Wir waren ja nicht! Ja, aber das stimmt, in dieser Runde warst du ja ausgeglichen! Achso, ja! Komm! Bis zur nächsten Folge, Freunde! Tschüss! 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 Tschüss!